Fock, warte, stopp! Damit hallo? Ich ess mal weiter, während die Kamera viel zu dunkel ist wie Romholz. Ich hab gerade eine Folge 13 mit 100 KW. Ich hab nämlich die Aufnahme instant wieder gestoppt, weil ich zweimal gedrückt habe. Jetzt bin ich auch da, guten Morgen. Guten Morgen ist es 18 Uhr. Ja, das nicht für dich morgen. Wir werden aber noch bis spät in die Nacht aufnehmen. Prost. Dementsprechend geht jetzt meine Chori an. Dementsprechend hab ich gerade Minecraft nicht gestartet. Das wird jetzt in der Folge festgehen. Wo ist mein Handy? Hier eine Pizza, ich ess einfach weiter. Wo ist mein Handy? Wir werden die Folge heute 21 Minuten gehen lassen. Ich werd dafür sorgen, dass wir wenigstens ein bisschen was machen heute noch. Mhm. Dieser Reaktion macht so viel Spaß. Äh. 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 So, ihr könnt mir jetzt... Oh, das mach ich jetzt. Ihr könnt mir jetzt dabei zuschauen, wie ich... Nichts tun. Ähm. 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 Meine... Meine... Meine Folgentitel hier eintrage. So, dass du das nicht sehen kannst. Doch, das kann man mal sehen. Doch, das kann man mal sehen. So. 3011. Wie meine Tastatur nicht mehr funktioniert. Mhm. Wenn ich jetzt logisch denken würde, könnte ich ausrechnen, wie krass ich die Rocks machen muss. Aber, statt logisch zu denken, denke ich einfach nicht logisch, sondern teste es einfach. 1,6 irgendwas. War das Folge 5? Ja. Bei mir kommen die Folgen, wie immer, viel zu spät. Ja, ist richtig. 1,45... ne. Noch 1,45 krf. Das sind mir immer noch zu viel. Wahrscheinlich kann man hier jetzt irgendwas sehen, was äh, nicht gesehen werden sollte. Deswegen mache ich das wieder aus. Bin nämlich grad ein bisschen müde. Und? Ähm. Der Nutzer definiert das Thumbnail. Folge 4 ist jetzt online, meine Damen und Herren. Könnt ihr jetzt angucken. Wenn die Folge online kommt, wird das eh schon lange online sein. Fällt mir grad wieder auf. Ja, aber es ist immer schön, das zu sagen. Ja, ne. Was ist das für eine Datei? Warum ist Folge 7 nicht da? Ist das schon hochgeladen? Oder fehlt das jetzt? Ich lasse das jetzt so. Weitere Videos hinzufügen. Baut der jetzt schon ab? Folge 7. Ne, der baut noch nicht ab. Weitere Videos. Folge 8. Ich wünsche ich hätte noch Pizza hier, aber, hm, hm. Hast du nicht? Dann müsste ich jetzt aufstehen. Dann muss ich 17 Minuten warten. So. Als ob dich das interessiert, ob du jetzt hier beim Technische Säure da sitzt oder nicht? Ja, ist interessiert. Ja, eigentlich schon, weil, müsste ich mich ja hier überall muten. Du, das ist es mir absolut wert. Ich hol mir jetzt Pizza. In der Aufnahme. Mikrofon muted. Und ich schreibe mir meine Folgentitel weiter. Folge 6. Boah, diese Tastatur, das ist nicht mehr feierlich. Warum kann ich keine benutzerdefinierten Thumbnails hinzufügen? Kann man nicht, lit. Weil. Weil. Ich. Äh. Das Hochladen noch nicht angefangen habe. Was ist das für eine Scheiße? Wer hat sich sowas ausgedacht? Ist egal, ich mach das nachher weiter. Wir machen jetzt hier weiter. Mhm. Logging in. Was tun wir heute? Oh, ich weiß. Ich weiß. Wir werden meine, meine, meine Baumfarm anschließen. Auch gut. Schön. Hm. Black wieder wie Scheiße. Äh. Ja. So. Ein Geschenk von Doktor Kortmo werde ich jetzt mal schön leer machen. Die Kiste, die brauche ich jetzt. Dankeschön für die Kiste. Du hättest ja aus dem Holz auch einfach eine craften können. Äh. Ne. Das wär zu einfach. Ich möchte genau diese Kiste nehmen. Das freut mich. Ah. Trink mal noch mal was. Mache. Mache. Nein. Es ist ja auch Koffein drin. Das ist das Wichtigste. Richtig. Ich hab noch ein Eis im Kühlschrank stehen. Ist auch Koffein drin. Das ist das Wichtigste. Ist auch Koffein drin. Ist auch Koffein drin. Wobei. Das ist der von Rewe. Ich weiß nicht. Natürlich ist da Koffein. Da ist Schwarztee drin. Glaub ich mal. Auch bei Rewe ist man da nicht so sicher. Mein Kopf hat nur noch verstanden. Da ist Spaß drin. Okay. Ja. Da ist viel Spaß drin. Koffein ist Spaß. Ähm. Kannst du bitte schlafen gehen? Während ich meine... Natürlich. Ich leuchte hier gerade meine Sachen aus. Weil ich keinen Bock hab zum Schlafen. Aber wenn du das sagst. Mach ich das doch gerne. Ich hab echt Spaß. Ich guck mal nach Koffein. Bin am Essen. Wenn ich F7 drücke. Gibt das irgendwie W gerade in der einen. Meine Damen und Damen. Was? Nichts tun. Essen. Und andere für sich arbeiten lassen. Ich trink mal wieder Spezi wie ein Technische Säure 3. Ist auch Standard bei Technische Säure hier mittlerweile bei uns. Was? Ich weiß was mir aufgefahren. Okay. Solo. Solo. Everybody. Everybody. Was? Technische Säure ist sehr politisch. Echt? Nicht nur immer bei den Themen. Dieses Jahr ist das übrige das Thema was Politik angeht. In den Landtagwahl in Bayern. Habe ich nix zu sagen weil es mich nicht angeht aber. Ich aber weil ich das erste mal wählen darf. Im Übrigen auch darf. Oh. Nein. Es geht mir darum. Ist dir mal aufgefallen wie politisch technische Säure ist? Ich möchte das einmal erklären. Wenn ich dieses Stück aufgegessen habe. Macht der Planter oder der Harvester den Sludge? Der Harvester. Er hält bei mir nicht. Doch. Ach doch da. Empty. Dann kann ich ja. Technische Säure ist die komplette Map. Stell dir mal nicht die komplette Map vor. Sondern nur unsere drei Inseln. Das wäre die komplette Map die existent ist. Oder das ist die Welt. Ja. Es gibt also drei Kategorien. Drei Länder in dem Sinne. Ja. Was natürlich auch in der echten Welt ist. Gibt es dann. First World. Second World. Oder Industriestaaten. Und Schwellenländer wie sie schön heißen. Und dritte Weltländer. Ist ja immer sehr negativ gesprochen. Aber gibt es. Dementsprechend. Ist ja. Mein Gebiet dann. Krass. Also Industriestaat. Mhm. Deins ist quasi so ein Schwellending. Mhm. Und Dominic ist quasi so ein dritter Weltländer. Wieso? Weil da ein Haus und das Raincraft Workbench steht. Weil da nicht mal ein Haus steht. Achso. Bei mir auch nicht. Bei dir auch nicht. Ja. Aber du musst ja auch an die anderen technische Säure denken. Ja. Wir sind halt im Moment noch ein bisschen am Aufstreben hier. Genau. Selbst du. Das ist auch noch. Ja. Ja. Die beiden höher kategorisierten, industrialisierten Länder nehmen immer von dem dritte Weltland. Wir wollen immer mehr haben, ja? Es ist scheißegal wie viel du hast. Du willst trotzdem mehr als der andere haben. Du gibst nichts ab. Du. Bist immer. Auf dein Kram. Handel ist immer so ne fuck 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 fuck. Halt stopp. Genau. Hier funktioniert was nicht so wie es funktionieren soll. Besser hätte ich das nicht sagen können. Das funktioniert beschissen. Ich brauch Speed Upgrades. Hä? Boah. Er hat fast erstickt unter diesem Wasser. Warum kann man auch nicht aus der... Ähm. Dings. Warum kann man nicht gleich mit Item Conduits aus der Dings rausnehmen? Dritten Weltländer. Äh. Oh. Äh. Ähm. 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 Dings. Warum kann man nicht gleich mit Item Conduits aus der Dings rausnehmen? Dritten Weltländer. Wird ja die Sachen holen. Außer... Insert. Extract. Ähm. Always active. Ich brauch nen Itemfilter. Wie macht man den mit Papier? Hast du Papier? Hm. Du kannst Papier auch herstellen mit Holz. Echt? Ja. Holz. Äh. Ich weiß nicht was genau. Du musst nachgucken. Kannst Papier herstellen ohne Papierding. Das sollte reichen. Ja. Der nimmt schnell genug hier raus. Mit Thawdust. Und Wasser. Ist das das? Ja. Pulverizer. Ich muss einfach Holz pulverizen. Musst du. Und mach noch nen Eimer. Hab ich nen Eimer? Ich hab nen Eimer irgendwo. Ich will jetzt mein Eisen nicht verballern hier. Wenn ich genau ein Conduit mehr hätte. Mein Inventar ist voll. Ich hab zu viel Sword Dust gemacht. Halt. Ich will nicht so viel. Egal. Holz ist nur Holz. Ich könnte... Perfekt. Es geht moving. Wie ging das? Ich muss das hier ähm... so. Diggeredda. 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 Und hier kommt immer noch die gleiche Stahlze alter. Gut. Hält mir das von nebenbei auf. Hätten wir das auch geklärt, dann könnte ich es mal vorhin wohl lassen. Kann ich leider zurückgehen. Ich habe mir auch überlegt vorher ob ich mir nen Tesseract mache, aber hab mir gedacht, hm nee, dies braucht's net. Ach so, deswegen schiebst du immer deinen ganzen Reaktor. Den hast du immer in ner Hosentasche, wenn du unterwegs bist. Das geht halt. Das ist ja das Dumme. Es geht. immer milorium dabei haben oder uran radioaktive hosen die haben auch mehr fassungsvermögen radioaktive hosen weil die zerfallen die taschen wo würde ich das witzig finden wenn du uran transportieren würdest dass es dann zerfällt zwar brauchen 32 hoch 55 jahre in minecraft wahrscheinlich ein bisschen wahrscheinlich zerfällt es dann auch und noch niemand hat das mitbekommen wenn sie jetzt auf einen von den server von 2014 gehst das ist jetzt nicht mehr da auch nicht in der erde jedoch da schon es muss ja abgebaut werden ja so zerfällt das dann auch während es da unten ist also während es noch nicht gefördert wurde dann hätten wir jetzt mittlerweile schon gar keins mehr wenn das vor millionen jahren schon angefangen hat zu zerfallen ist ja nicht nachher war das vorher auch noch irgendwas anderes und nee quatsch quatsch völlig falsch wir förderst doch meine ich gar nicht das radioaktive was du letzten endes braucht sondern das stellst du dann her und das was du dann hast und das was unter der erde ist das würde nicht weiterhelfen oder so da ich jetzt eh nur noch mit dem boot fahr kann ich jetzt auch ans handy gehen währenddessen das ist ja auch normal mein inventar ist komplett überfüllt nein ich wäre beinahe in öl gefahren ich bin gegen eine insel gefahren weil ich behindert bin und auf mein handy geklotzt habe warum ist das eine mini du wenn wir mal dominiks haus verschieben wollte habt die perfekte insel gefunden ich merkte die mal dann machen wir das wirklich hier noch ein boot kraften alter meine facecam geht gar nicht ab alter die steht die ganze zeit zwischen hell und dunkel um ja ist mir egal ist nur technische säure da muss man sich ja nicht rumkriegen dass irgendwas ich ertrinkke na meine tastatur geht nicht warum du dann auch immer läfftest was soll ich sonst machen vielleicht habe ich schon mal ein bisschen schmerz zeit hier er wird verprügelt am bahnhof und schreit nein nein halt stopp ich gehe eben kurz vom bahnhof weg ich komme gleich wieder dann könnte er weitermachen ja was wenn wir uns mal so ein real life beispiel dingsen würde hä äh kippt round und du bist geläftet nein minecraft ist gegräbt echt jetzt ah ich habe aber noch nicht weiterhelf nein aber wir haben noch drei minuten und ich kann noch mal weiter erzählen was ich vorhin ja mein minecraft startet jetzt drei minuten mit mit ähm mit dem dass es politisch ist wir könnten jetzt theoretisch anfangen ja genauso wie es das in der eu gibt und sonst wo auch mit regulierungen also du machst das wirklich politisch jetzt stell dir mal vor wir würden hier anfangen in technische säure und du würdest jetzt anfangen regulierungen zu machen für sämtlichen scheiß was was bin ich eigentlich für ein idiot alter weiß ich nicht ich hab glaub die ganze folge keinen wildkampf aber ich hab eh nichts gemacht ist grad egal kannst du die bitte so hochladen natürlich mach ich das natürlich mach ich das mach screenshots mach screenshots und mach quasi so ne diashow draus bitte wie soll ich jetzt screenshots machen wir haben nachgeladen was für screenshots weiß ich nicht jetzt weiß ich nicht was ich mache alter meine face welche folge laden wir gerade hoch ich würde die dreizehnte die dreizehnte nehmen wir gerade auf oder ja ich glaube schon ich glaube schon ich glaube schon ich habe gerade den perfekten folgentitel äh im radio im radio gehört da hat grad jemand gesungen when the lights go down so heißt jetzt die folge was mach ich jetzt ich weiß nicht was ich jetzt tüten soll also in der folge eh nichts mehr auch nicht ich hätte gerne noch meine baumfarmer angeschlossen aber kann ich auch nicht mehr soll ich da ist ein riesen baum gewachsen wo ist ein riesen baum gewachsen weiß ja könnte man jetzt abharvesten aber ich fang an mit bot fang ich jetzt mit botania an ist ja mega lame ich habe angst ich kannst du bitte gleich mal ins neta gehen du bist eh tot ins neta gehen ich war einmal da und dann bin ich da reingegangen und dann kam eine horde an zombies an und ein creeper hat mich weggesprengt ich saß mit einem herz bin ich irgendwo gelandet eine hexe kam an ich habe mich eingebaut habe regeneriert und mich durchs neta gekämpft um wieder zum portal zu kommen und ich weiß dass wenn ich in diesen in dieses glory hole da hinten reingehe in dominic dass ich in zwei sekunden tot bin ja ich auch ich frag mich grad nur warum wurde ich gekickt weil dein spiel abgeschmiert ist äh ne ja warum ist mein spiel abgeschmiert weil du gekickt wurdest und das sehen sie nächste folge bis dahin auf wiedersehen auf wiedersehen tschau